Hallo Freunde, willkommen zurück zu Zelda Scrolls Online. Wir haben nur noch wenig Inventarplatz frei. Das bedeutet, wir werden bei nächster Gelegenheit zurück in die Stadt gehen, um zu verkaufen. Allerdings sieht es so aus, als wäre der nächste Wegschrein ein gutes Stück vor uns oder ein gutes Stück hinter uns. Ich will jetzt nicht ewig zurücklaufen. Dementsprechend machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Und wenn ich dann den nächsten Wegschrein habe oder eine Möglichkeit habe zu verkaufen, dann unterbreche ich die Aufnahme kurz, verscheuere das Zeug und dann geht es weiter. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, es wird im Laufe des Videos auf jeden Fall zu einer kleinen Unterbrechung kommen. In der Zwischenzeit haben die Magie und die Krieger ihren Zangenangriff beendet. Dementsprechend kontrollieren wir die Front bis hierher. Und wir haben als nächstes vor, den Eingang zur Pyramide zu finden. Da bin ich mal gespannt. Das sieht nach einer Pyramide aus und das ist ein Riesenloch in der Wand. Ich glaube, da haben wir es auch schon. Bevor wir da reingehen, schauen wir mal, ob ich den Wegschrein erreiche. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Boing. Nein. Zum Wegschrein kommen wir noch nicht. Schade, dass... Dann werden wir, wohl oder übel, erstmal in die Pyramide müssen. Was kann schon schief gehen? Hier kommt mir alle furchtbar bekannt vor. Ich frage mich, was Rorillion sagen würde, wenn er wüsste, dass ich einer Dremora so nah war. Aber um wirklich ehrlich zu sein, sie macht mich etwas nervös. Nur etwas? Bist du auf den Kopf gefallen? Auf jeden Fall. Und ich werde keinen Schritt von eurer Seite weichen. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Dremora die Wahrheit sagt und uns wirklich den Weg öffnet. Sie scheint uns helfen zu wollen, aber ich traue ihr nicht ganz. Ah, ich schätze einfach, dass sie einen kleinen Vorteil davon hat, wenn sie uns jetzt ein bisschen hilft. Und im Großen und Ganzen wird sie uns, sobald sie das für nützlich erachtet, in den Rücken fallen. Dementsprechend würde ich nicht zu viel drauf geben. Sei einfach drauf gespannt, wann es passiert und vorbereitet, wenn es passiert. Dann passt die Sache. Naja, mit Catrill und Gathryn hier fühle ich mich schon ziemlich sicher, muss ich sagen. Nur die mit detrischem Blut dürfen die Pyramiden betreten, kleine Sterbliche. Ja, dann mach dich mal bereit, Blut zu spenden. Knache, Eimer, auf geht's. Ich sagte euch doch, dass ihr meine Hilfe brauchen würdet. Ein detrisches Ritual hält diese Tür verschlossen und nur ein Opfer aus freiwillig dargebrachten Kühnblut kann sie öffnen. Ich bin euer Schlüssel zu Valkünas Ceres. Ihr seid mein Schlüssel zur Rache. Ja, freiwilliges Opfer. Na, wie freiwillig ist das wohl? Mein Clan wurde vernichtet, aus dieser Daseinsebene getilgt. Und die Hand, die diese Vernichtung einfädelte, gehörte Valkünas Ceres. Er dachte, mein Clan würde seine Macht bedrohen. Ungeachtet dessen, ob das nun der Wahrheit entspricht oder nicht, muss Ceres für das büßen, was er getan hat. Egal, ob der Clan vorher eine Gefahr für ihn war oder nicht, jetzt ist er's, einfach nur weil er gehandelt hat. Genau das kann ich nicht, kleine Sterbliche. Würde der Valkünas durch meine Hand verbannt, so würde mich das Ehre und Ansehen kosten. Wenn ihr ihn aber tötet, dann halte ich meinem Wort die Treue. Und Ceres muss in der Finsternis bei meinem verlorenen Clan leben, bis Kalthafen ihn zurückkehren lässt. Was natürlich nicht so bald passiert, möchte ich hoffen. Dann mal auf geht's, rein in die Pyramide. Jetzt fängt sie an mit dem Ritual, Spitze. Vielleicht nicht einfach direkt drauf losrennen. Also diese Rune auf dem Boden ist echt spitze. Weniger Schaden für uns, mehr Schaden für die Gegner. Wenn man dann noch im richtigen Moment blockt, kann der Gegner fast nix mehr. Okay, der macht auch nicht wirklich viel Schaden. Mein verlorener Clan erwartet Ceres in der Dunkelheit. Auch wenn die Klinge, die ihn verbannt hat, nicht in meiner Hand lag, fand er sein Ende doch durch mich. Ihr wart eine äußerst nützliche Waffe, kleine Sterbliche. Nehmt den Schlüssel vom Labyrinth mit meinem Dank. Okay. Selbst nach Kühlzeitrechnung habe ich lange gewartet, um Ceres in die Dunkelheit zu schicken. Erlaubt mir, diesen Moment zu genießen, kleine Sterbliche. Ja, da hast du dann wohl deine Rache gekriegt. Du siehst auch sehr zufrieden aus. Fast ein bisschen, ich weiß nicht. Unter Drogen? Was könnte euch das interessieren, kleine Sterbliche? Lasst mich raten. Ihr macht euch Sorgen, dass ich meinen Kühen jetzt befehlen könnte, euch zu vernichten. Ich kann euch versichern, dass ein Führungswechsel auch eine Zeit der Verwirrung sein kann. Euch und den Euren wird kein Leid geschehen. Vorerst. Okay, ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Immerhin steht sie zu ihrem Wort und erstmal kommen wir hier weg. Daran hat sie sich, technisch gesehen, gehalten. Ich habe mich an meinen Eid gehalten. Ich habe euch nur geholfen, die Pyramide zu betreten. Mehr nicht. Die für Ceres damit verbundene Schande, dass eine Sterbliche ihn in die Finsternis geschickt hat, war allerdings höchst befriedigend. Ja, weitere Hilfe können wir dann wohl nicht erwarten. Mein Ziel war es, Rache zu nehmen. Ich habe kein Interesse an euren Zankereien. Hört zu, kleine Sterbliche. Das Verlangen eines Kühen, sterbliches Blut zu vergießen, ebbt niemals ab. Selbst wenn wir ihn nicht immer folgen mögen. Ich bin, was ich bin. Falls wir uns wieder treffen, werde ich euch lächelnd das Leben nehmen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Dann nehmen wir uns den Schlüssel. Und machen uns auf die Socken. Ich meine, wir müssen es ja nicht unnötig provozieren. Die Zitadelle ist echt mies ausgeschildert. Na gut. Es war allerdings relativ kurz, dieser Ausflug. Tür auf. Da steht der Boss. Drauf. Fertig. Da beschwere ich mich jetzt mal nicht. Oh, stopp. Ach, ihr zwei schon wieder. Ihr seid inzwischen richtig unzertrennliche Buddies, oder? Ich hoffe, ihr habt den Schlüssel gebracht. Wir sind für den letzten Versuch bereit. Aber wir sind erledigt, wenn wir nicht hineingelangen können. Das ist unsere letzte Chance, die Welt zu retten. Es geht um alles oder nichts. Drama Queen. Wie merkwürdig, dass die Dremora uns gegen ihre Kühen und Molagbal geholfen hat. Sie muss einen gewaltigen Rachedurst besessen haben. Auf jeden Fall scheint es, als ob wir ein weiteres Mal in eurer Schuld stünden. Vielen Dank, meine tapfere Freundin. Ja, und du hättest diese Gelegenheit verstreichen lassen. Da wäre ich dann mal gespannt gewesen, wie du das reparieren willst. Unsere Truppen haben sich versammelt und sind abmarschbereit. Wir müssen den Ebenenstrudel finden und die Ebenenverschmelzung ein für alle Mal beenden. Na dann, auf geht's. Gute Arbeit. Dann haben wir noch eine Chance. Wir haben eine kleine Streitmacht ausgesandt, um für Ablenkung zu sorgen. Sie werden wahrscheinlich nicht überleben, aber sie sollten den Feind beschäftigt halten, während wir den Rest unserer Truppen heranführen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Habt ihr denen das auch vorher gesagt? Oder habt ihr sie einfach in den Tod geschickt? Macht mal. Wir möchten, dass ihr dort hineingeht und das Labyrinth öffnet, ehe wir die gesamte Streitmacht hineinschicken und ihre wahre Größe enthüllen. Hanin und Gabriel können euch die Schlachtpläne für die Eingreiftrupps der Krieger- und der Magiergilde erläutern, die hinter euch nachrücken werden. Genau. Wir sind jetzt quasi eine kleine Elite-Truppe, die vorgeschickt wird. Aha, Kommandosoldaten. Wusstet ihr, dass die erwartete Überlebenschance von Kommandosoldaten bei unter 5% liegt? So, Zeit des Zweiten Weltkriegs. Oh Junge. Ich hoffe nur, dass unser Freund in der Lage war, den Schlüssel zum Labyrinth zu holen. Sonst waren all unsere Bemühungen vergebens. Hast du irgendwas in deinen spitzen Ohren oder was? Ich hab doch schon gesagt, ich hab den Schlüssel. Dödel. Die Magiergilde steht bereit, um ihren Teil für dieses Unterfangen zu leisten. Ich wünschte nur, dass ich so viel Selbstvertrauen wie Vanus Galerion hätte. Wir stehen hier ein paar überwältigenden Ungleichheiten gegenüber. Versteht ihr? Absolut. Molag Bal setzt Taktiken ein, die jenen ähneln, denen wir uns schon am Abgrund gegenüber sahen. Er hat ein Portal errichtet, um seine Truppen möglichst schnell verlegen zu können. Wenn ihr dort hineingeht, um das Labyrinth zu öffnen, müsst ihr dabei auch dieses Portal schließen. Und warum benutzen wir das Portal nicht, um direkt zu seiner Machtbasis vorzurücken? Klar würden wir seiner gesamten Armee auf einmal gegenüberstehen, aber ich werde das später. König Dinar besteht darauf, dass der erste Angriff schnell und präzise erfolgt. Er will nicht, dass euch eine ganze Armee in die Quere kommt oder Molag Bal auf gleiche Weise zurückschlägt. Ihr habt euch immer und immer wieder bewiesen. Wir glauben fest daran, dass ihr es schaffen könnt. Naja, ich weiß nicht, ob der Glaube Berge versetzt, aber ich habe gesehen, was er mit Wolkenkratzern anstellt. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Ach, da drüben auch noch. Könnt ihr euch nicht alle zusammenstellen? Catville hat zu viel Energie, glaube ich. Die Kriegergilde ist bereit, euch in das Herz von Molag Bal's Versteck zu folgen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Super. Natürlich. Wir haben bereits eine kleine Streitmacht ausgeschickt, sozusagen als Ablenkung. Während sie den Feind beschäftigt hält, könnt ihr vorbeischlüpfen und das Labyrinth öffnen. Während ihr einen Weg freimacht, gehen die Soldaten der Kriegergilde hinter euch in Stellung und halten die Front. Klingt an sich nicht so ganz unvernünftig. Ihr werdet euch sputen müssen. Eine große Streitmacht würde nur Aufmerksamkeit auf euch ziehen und euch verlangsamen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen unserer Soldaten aussuchen, der mit euch gehen soll. Doch mehr Begleiter wären eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich wünsche euch viel Glück dorthin. Ja gut, dann nehme ich Catville. An eurer Seite kämpfen? Das wäre mir eine wahre Ehre. Aber derzeit braucht mich die Kriegergilde. Jemand muss unsere Truppen befehligen. Sobald ihr einen Weg zum Labyrinth freigemacht habt, werde ich den Sturmangriff dort hinein anführen. Sicher doch. Von hinten anführen. Auch euch viel Glück. Mögen sie für all den Schmerz und das Leid büßen, das sie angerichtet haben. Und für all unsere Freunde und Verbündeten, die auf der Strecke geblieben sind. Und für die kleine Streitmacht, die zur Ablenkung in den Tod geschickt wurde. Okay, wir könnten ihn bitten. Wir könnten natürlich Catville bitten, der gerade Werbung für sich macht. Oder wir nehmen sie mit. Und sie hätte ich unheimlich gerne mal kämpfen gesehen. Ganz im Ernst. Braucht ihr jemanden, der euch in das Versteck des dunklen Fürsten begleitet? Ihr habt uns Lamien aus unserem Gefängnis befreit. Lasst mich euch aus eurem befreien. Sauber. Wir haben es versprochen. Ihr habt geholfen, unsere Kinder zu retten. Wir werden helfen, die euren zu retten. Falls ihr euch dazu entschließt, dass mein Platz an eurer Seite sein soll, dann werde ich auch genau dort sein. Das klingt super. Dann komm mal mit. Was ihr für uns getan habt, werde ich auch für euch tun. Das Blut unserer Feinde soll die Felsen hinabströmen und die Eimutter nähren. Meinetwegen. Wie berühmte Helden vor mir bereits sagten, bevor sie zum Wald und Endor aufgebrochen sind. Mein Kommandortrupp ist einsatzbereit. Habt ihr schon einen Gefährten als Begleitung ausgewählt? Wenn ihr mehr Zeit braucht, um mit euren Freunden zu sprechen, dann nehmt sie euch bitte. Das könnte eure letzte Chance sein. Wenn ihr bereit seid, bekommt ihr endgültige Anweisungen von mir und wir können mit unserem letzten Angriff beginnen. Richtig. Das könnte unsere letzte Chance sein. So sagen die uns also, dass das ein Himmelsfahrtkommando ist. Super. Nun gut. Kommt mit mir und ich erläutere euch die genauen Details eurer Mission. Jetzt bin ich gespannt. Unsere Kräfte haben sich vereint. Und es ist an der Zeit, dass wir schnell und hart zuschlagen. Die Zeit läuft gegen uns. Deshalb müssen wir jeden Augenblick nutzen. Die Truppen sind bereits drinnen, kämpfen und verteidigen ihre Position. Dadurch lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich, sodass ihr euch darum kümmern könnt, dass Molag Bal keine Verstärkung herbeirufen kann. Die Lamie wird euch bei eurem Erstschlag begleiten. Lasst euch von ihrer Wildheit und ihrer Entschlossenheit zum Sieg leiten. Mit wem genau sprichst du? Fließt das Verstärkungsportal. Das hat oberste Priorität. Gabriel und ihre Streitkräfte werden dann zu euch stoßen, um das Labyrinth zu stürmen. Wenn das Labyrinth geöffnet ist, müsst ihr euch in Molag Bars Allerheiligstes durchschlagen und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Das ist euer Endziel. Wenn wir die Ebenenverschmelzung aufhalten wollen, müssen wir den Ebenenstrudel zum Erliegen bringen und seinen zerstörerischen Sturm beenden. Nehmt euren tapferen Begleiter und marschiert weiter. Schließt das Verstärkungsportal, damit unsere Streitkräfte Krieg führen können gegen den Dädrischen Fürsten. Dann öffnet das Labyrinth und führt uns zum Ebenenstrudel. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Ich glaube, er steht ein bisschen neben sich. Ganz komische Kiste. Die wahre Macht meines Volkes zu zeigen. Wir sind nicht einfach nur kinderfressende Monster. Wir sind so viel mehr. Okay, ihr seid sehr viele und ihr fest viele Kinder. Ich sehe es schon. Super. So, lass mal gucken. Wir hatten doch irgendwann... ...dass sie sind... ...relativ neu, relativ gut. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, wir hatten da noch andere. Bollwerk der Zitadelle zum Beispiel. Etwas weniger Rüstung, dafür mehr Leben, dafür weniger Ausdauer. Dafür ein Setgegenstand. Naja, warum nicht? Nehmen wir einfach mal so. Okay, sieht fast so aus, als wäre das Verstärkungsportal direkt um die Ecke. Dann würde ich einen Arzt aussuchen und nicht mit mir reden. So weit ist sie gut. Okay, das ist etwas einfacher, als ich erwartet hatte. So, irgendwo hier drüben müsste... Okay, da haben wir den Schrein und ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen Equipment loswerden. Wir sehen uns gleich wieder. Goodie, da sind wir zurück. Ich habe ein bisschen Platz gemacht im Inventar. Sollte jetzt auf jeden Fall etwas leichter sein. Soll heißen, wenn wir Beute erhalten, dann haben wir Platz und können es auch mitnehmen. Sollte jetzt auf jeden Fall etwas? Die Zeit ist gekommen, die wahre Macht meines Volkes zu zeigen. Wir sind nicht einfach nur kinderfressende Monster. Wir sind so viel mehr. Ja. Mich würde vor allem interessieren, wo warst du, als ich hier gegen zwei Gruppen gekämpft habe? Na gut, schauen wir einfach mal, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, mit oder ohne schlängelnde Begleitung. Fokussierter Ansturm kann nun verändert werden. Das könnte sich sogar fast lohnen. Lass mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Neuer Effekt unterbricht und verursacht Schaden an allen Feinden. Neide Aufschlagstelle. Das klingt irgendwie gut. Betäubt den Verhand immer, unabhängig davon, ob er eine Fähigkeit wirkt oder nicht. Wirkt der Verhand eine Fähigkeit, dann wird er aus dem Leichtgewicht gebracht. Daraus einen Flächenangriff zu machen, klingt irgendwie interessant. Nehmen wir. Geht zum Verstärkungsportal. Okay. Das ist also das da hinten, würde ich sagen. Ich bin falsch abgebogen. Hervorragend. Mal wieder. Das ist aber auch schlecht ausgeschildert hier. Das ist aber auch schlecht ausgeschildert hier. Egal wie viele Kreaturen der dunkle Fürst gegen uns einsetzt, ich werde jede einzelne von ihnen bluten lassen. Schaden über Zeit ist immer gut, aber warum einzeln? Mach doch gleich Flächenfähigkeiten. Ne, effizient ist anders. Na ja, anderer Spielstil, aber ich glaube gleiche Klasse. Das nenne ich einen würdigen Gegner. Es wäre keine Schande, wenn diese Schlacht verliebt. Rede nicht sowas. Gut, Verstärkungsportal können wir jetzt schließen. Ich schätze, da werden im Laufe der Zeit noch ein paar Verstärkungen durchkommen, bis es dann wirklich geschlossen ist. Du bist ziemlich taten. Freu dich. Das ist gut. So weit, so friedlich. Wow. Wie kommst du hierher? Da wir im Moment keine riesigen Hordenverstärkung befürchten müssen, schicken wir jetzt den Hauptangriffstrupp. Während der Molag Bals Diener in Schach hält, müsst ihr durch das Labyrinth navigieren und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Ja, okay. Ich bin schlechte Nachrichten ja schon gewohnt von euch. Natürlich nicht. Selbst ich wäre nicht so töricht, Molag Bals Allerheiligstes allein zu betreten. Gabriel und ihre Magier werden euch hinein begleiten. Ach so, aber du und der König ist halt nicht dabei. Oh, ihr werdet den Ursprung der Zerstörung unserer Welt schon erkennen, wenn ihr ihn seht. Findet nur einen Weg durch das Labyrinth und versucht euer Leben nicht an die tödlichen Fallen und die schrecklichen Monster zu verlieren. Nun geht. Und viel Glück. Das ist das erste Mal, dass er mir viel Glück wünscht. Und jetzt habe ich irgendwie ein blödes Gefühl. Verliert nicht die Hoffnung, meine Freundin. Wir verlassen uns auf euch. Andere hätten gemeint, verliere nicht den Kopf. Ich habe das Gefühl, da fehlt jemand. Mir schlängelt es sich aber nicht so ganz in den Kopf, wer da fehlen könnte. Dieser Raum ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass der Fürst gerne liest. Aber all diese Bücher. Stellt euch vor, welche Fülle an Wissen sie enthalten. Ich könnte Jahre hier drin verbringen. Das heißt, wenn wir uns nicht um dringendere Angelegenheiten kümmern müssten. Ich glaube nicht, dass der alle Bücher gelesen hat. Das ist einfach nur eine Protzbibliothek. Und vielleicht dazu da Magier aufzuhalten, die neugierig sind. Wir kommen nicht aus diesem Raum heraus. Die Tür auf der anderen Seite bewegt sich kein Stück. Und wir konnten ihren Mechanismus bisher nicht durchschauen. Und? Sprengstoff? Mechanismus egal? Wir sollten wohl den Raum durchsuchen. Wer weiß, ihr könntet zwischen all den finsteren Folianten und alten Fabeln über lüsternde Argonia etwas Nützliches finden. Aber so einen Mechanismus habe ich noch nie zuvor gesehen. Er ist durchaus faszinierend. Lüsterne Argonia. Danke, jetzt kann ich die nächsten acht Nächte wieder nicht schlafen. So, womit haben wir es zu tun? Es ist wirklich ein ziemlich großes Stück. Okay. Wir eröffnen das Bibliothekstor. Wer bist du? Ich erkenne diese Geräte wieder. Ich habe sie erforscht. Sogar Berichte über sie geschrieben. Habe aber nie eins in Natura gesehen. Sie sind wunderbar anzusehen. Nur ein Gott könnte ein Artefakt solcher Brillanz fertigen. Sehr gut. Dann benutze es. Ich habe da so eine Ahnung. Oh je. Es hängt mit den großen Metallrohren an den Wänden zusammen. Meinen Recherchen zufolge erinnern sie an eine daedrische Maschine, die eine Energiequelle braucht, um ihren Dienst zu tun. Doch wie ihr deutlich sehen könnt, fließt derzeit keine Energie durch sie. Gut, das heißt, wir bauen ein großes Hamsterrad und strampeln uns ein, damit das Ding Energie kriegt. Eine berechtigte Annahme. Seht ihr die kleinen Öffnungen in der Nähe jeder der Röhren? Wenn wir herausfinden, wie man diese eisigen Flammen zu ihnen bewegen kann, sollte das die nötige Energie liefern, um die Tür zu öffnen. Okay. Das heißt, wir zünden es an. So mehr oder weniger. Hört euch das an, Kiret. Streckt die Hand aus und berührt eine Feuerschale, um das Feuer herauszuziehen und es in eine Richtung eurer Wahl zu schießen. Wie faszinierend. Ich frage mich, was es bedeutet. Was wohl? Es steht genau dort beschrieben. Dieses Buch, ich glaube, es bezieht sich auf diese Maschine. Wenn ich das richtig deute, und natürlich deute ich es richtig, dann können diese Flammen den Mechanismus mit der nötigen Energie versorgen, um die Tür zu öffnen. Ehrlich gesagt ist die handwerkliche Arbeit atemberaubend. Ich bin regelrecht neidisch. Faszinierend. Natürlich deutet er es richtig. Wir sind in einem albtraumhaften Höllenreich. Er hat ein Buch aufgeschlagen und liest etwas. Und da er Magier ist und von sich völlig eingenommen, sagt er sofort, natürlich ist das alles damit verbunden und ich erkenne als einziger die Funktion. Und bla. Magier sind toll. Berührt einfach das Dädrische Feuer. Die Kraft der Flamme wird dann für eine kurze Zeit auf euch übertragen. Fast wie bei einem Beschwörungszauber. Danach kann man sie in eine beliebige Richtung schleudern. Geht so dicht wie möglich heran und werft das Feuer in eines der vier offenen Rohre. Fällt euch auf, dass sie gar nicht in seine Richtung guckt oder in unsere? Wahrscheinlich unterdrückt sie verzweifelt ein lautes Gelächter. Okay, das heißt wir gehen so nah wie möglich heran, benutzen das Dädrische Feuer und schießen es in eine Richtung unserer Waden. Sollte einfach sein. Sollte einfach sein. ja das mit dem aufnehmen klappt schon mal das mit dem schleudern müssten wir vielleicht noch vielleicht so ein ganz kleines bisschen entzündet ihr folgen die maschine zu aktivieren berührt die flamme macht alles klar ok das funktioniert sind wir hier eine flamme das heißt wir brauchen irgendwo etwas das wir mit feuer beschießen können ah da drüben ok so klappt es nicht das ist irgendwie nicht ganz so super wie ich mir vorgestellt hatte wir haben hier so viele quest market dass man einfach nicht sieht wo es als nächstes hin geht hier ist es einigermaßen offensichtlich soweit so gut das wäre die nummer zwei da hätten wir dann das nächste nö das ist schon entflammt so was ich meine da müssen in der nähe ein paar rohre sind so wie hier sonst macht es ja nicht viel sinn da drüben hätten wir die nächsten rohre und hier sehe ich keine mehr das heißt wir gucken mal hier rüber ja das sollte eigentlich hier sein aber konnten wir nicht aktivieren da brannte es doch schon blöd das blöd das was da drüben sieht noch einigermaßen kalt aus ok damit hätten wir das bleibt nur noch eine sache übrig so wie ich das sehe moment da stand kann was von kalter flamme kalte schade meine ich ok damit hätten wir alle meine güte nicht so flüssig wie ich es gerne gehabt hätte die machen es aber auch kompliziert also entweder mache ich ein system das sterbliche zum beispiel nicht benutzen können sondern nur wie das mit dem blut ritual und die durch die tür zu kommen oder ich mache das so dass das einfach nur ein schalter umlegen muss wie es licht dann machen nicht dann machen wir außerdem vielleicht mal eine maßnahme ja sorry dass das so finster ist ich kann es gerade nicht heller machen und ich habe mich gerade mehr oder weniger auch nur so durch man könnte meinen wir haben es hier vielleicht mit vampiren zu tun ja 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 Also, jetzt nicht. Wisst ihr, was ich gerade geleistet habe alles? Da brauche ich eine ganze Baden-Akademie, um die ganzen Lieder zu verfassen. Um meine Heldentaten zu besingen. Was war das jetzt? Sehr schön, der Champion muss wieder vorlaufen. Ganze Arbeit selber. Eine Tür ohne Wiederkehr. Es sieht so aus, dass wir ab hier nur noch vorwärts weiter können. Ich hoffe, die anderen sind wohl auf. Wie hast du mich zwischen Tür und Angel überholt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und... Sprich doch einfach weiter. Okay, rennen wir einfach mal den anderen hinterher. Wird schon schief gehen. Es muss doch einen Weg hier heraus geben. Wartet. Mir schwankt Übles. Manchmal hasse ich es, recht zu haben. Da sind sie. Nur fürs Protokoll. Aber ich hasse es auch, wenn du recht hast. Kommt schon. Wir müssen einen Weg hier raus finden. Wir warten hier nur auf dich, Schatz. Ich sehe nicht, was dabei schief gehen könnte. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Ich wusste, dass ich die hier finde. Interessant. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend. Kackwell, eure Beherrschung der Portalkunst sucht ihresgleichen. Ich würde sagen, auf den Schock trinken wir jetzt erstmal ein oder zwei und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich glaube, dann machen wir hoffentlich so den letzten Vorstoß, wenn wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau, Freunde.